hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal heute nur zu einem kleinen unboxing von dem gm 50 mousepads von eroji wurde mir hier in so einer plastikfolie geliefert und da haben wir das gute stück hier asus ziemlich freshe verpackung hier haben wir zwei proben das ist hier oben und das ist unten das pad dass es nicht abrutscht da haben wir so einen kleinen einblick wo das ding ist hier zugeklebt ich hole kurz mein messer so so hier auf hier auch so jetzt ist es auf da ist noch mal zugeklebt da war das drin und hier haben wir so ein gummi dem es zugemacht ist dann können wir ganz einfach weg ziehen da könnt ihr auch als armband nehmen ein bisschen eng da haben wir das maus kapett ganze kamera füllt aus immer zum vergleich meine maus also eigentlich ganz frische größe recht auf jeden fall vor der seite so eigentlich wenn ich mal schaue wenn die sich das hier ausgedehnt hat das ist auf jeden fall ja auch ganz fresh an den seiten aber innen ist schon ziemlich geil und von der seite her von unten haben wir dieses rutsch feste material hier ein bisschen rot und ja ich würde sagen das war's von dem unboxing und ja bis zum nächsten mal ciao